Musik Zum ersten Mal nach 14 Jahren fanden in Berlin freie Wahlen statt. Es wurden die Bezirksverordneten und die Stadtverordneten gewählt. Berlin gab sich damit eine neue Stadtregierung, die anstelle der von den Alliierten eingesetzten treten wird. Musik Wahlpropaganda, auch an den Ruinen der Reichskanzlei. 75% der Einwohner Berlins waren wahlberechtigt. Insgesamt 2,4 Millionen Berliner, davon 63% Frauen. 2300 Wahllokale waren in ganz Berlin eingerichtet worden. Zehn Überwachungsgruppen der Alliierten Besatzungsmächte, bestehend aus je einem amerikanischen, englischen, französischen und russischen Offizier, überzeugten sich von der einwandfreien demokratischen Durchführung der Wahl. Musik Auch in den Krankenhäusern wurde gewählt. Hier zum Beispiel ersetzt ein Lichtkasten die Wahlzelle, sodass selbst im Gemeinschaftssaal das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Musik Die Parteivorsitzenden bei der Wahl. In der Mitte Franz Neumann, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Berlin. Jakob Kaiser, der erste Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union. Otto Grotewohl, der zweite Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Dr. Külz, erster Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei. Nach der Wahl die Zählung der Stimmen. Die Alliierten Kommissionen waren auch bei diesem wichtigen Vorgang nach der Wahl anwesend. Die Wahlbeteiligung betrug 88,9 Prozent. Im neuen Stadthaus laufen die Resultate aus den einzelnen Bezirken zusammen. Journalisten und Politiker warten auf das Ergebnis. Die Sozialdemokratische Partei errang mit fast einer Million Stimmen. Das sind 48,7 Prozent aller abgegebenen Stimmen den ersten Platz. Es folgen die Christlich Demokratische Union mit 22,1 Prozent, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands mit 19,8 Prozent und die Liberaldemokratische Partei mit 9,4 Prozent. Musik Bergungsarbeiten in der Lübecker Bucht mahnen an einer der tragischsten Katastrophen der letzten Kriegstage. Den Untergang der 28.000 Tonnen großen Kap Arcona und des Handelsdampfers Thielbeck. An Bord der beiden Schiffe befanden sich 7.520 KZ-Häftlinge aus 15 Nationen. Über 7.000 kamen mit den Bewachungsmannschaften in den untergehenden Schiffen um. Obwohl die alliierten Truppen bald nach der Katastrophe die Küste besetzt hatten, konnte nur 380 gerettet werden. Ein SS-Kommando erschoss noch vor Eintreffen der Alliierten 240 Häftlinge, die sich an Land gerettet hatten. Etwa 2.000 Leichen wurden bisher angeschwemmt. Tausende befinden sich noch an Bord. Unter der Leitung eines englischen Offiziers sind an der Unglücksstelle Taucher am Werk, um diese Toten zu identifizieren. Dieser Beutel bringt Erkennungsmarken und Dokumente an Bord des Tauchbootes. Jede Spur, jeder Anhaltspunkt wird sorgsam geprüft. Dieser Korb enthält Überreste, welche zur Identifizierung beitragen können. Ein Holzkreuz am Strand mahnt an die Toten der Cap Arcona. Die Champignon-Zucht im Luftschutzbunker. Auf diese originelle Idee kam ein findiger Berliner Pilzzüchter, der in den Räumen eines Tiefbunkers Mistbeete für die Champignon-Aufzucht anlegte. Da Champignons stets im Dunkeln und in feuchte Atmosphäre gezogen werden müssen, sind Bunkerräume für diese Pilzfarm besonders gut geeignet. Die Beete werden bei vorgeschriebener Temperatur angelegt und mit Erde abgedeckt. Fünf bis sechs Wochen darauf können schon die ersten Champignons geerntet werden. Delikatessen aus der Dunkelkammer. Eine Methode mehr, aus der Not der Vergangenheit eine Tugend von heute zu machen. Musik Um der Not der Flüchtlinge und Ausgebunden abzuhelfen, hat die Deutsche Hilfsgemeinschaft in Hamburg zur Hausratssammlung aufgerufen. 110.000 Anträge von Besitzlosen liegen vor. Nur 10% dieses Bedarfes kann aus vorhandenen Beständen gedeckt werden. Darum sollen die von Kriegsschäden verschont Gebliebenen freiwillig einen Teil ihrer Sachen abgeben und damit denen helfen, die nichts mehr besitzen. Es wird kein Plunder, sondern nur brauchbares Material erbeten und weitergeleitet. Unter der Tribüne der ausgebrannten Rennbahn in Hamburg-Horn werden die Gegenstände gesammelt und an die Empfänger kostenlos verteilt. Auch von der Militärregierung beschlagnahmte Möbel werden hier an Bedürftige ausgegeben. Musik Die Hamburger Hausratssammlung ist ein praktischer Beweis tätiger Nächstenliebe. Musik Musik